gut dann guten morgen liebe teilnehmer guten morgen lieber dirk mein name ist nelson carduso neto und ich begrüße sie im namen von fx flats zum heutigen webinar live trading zur börseneröffnung am morgen mit dem stil trader und natürlich dann auch mit der kirger bevor wie immer ich zu dirk den bildschirm übertrage ist man natürlich einmal den risiko hinweis lesen und zur kenntnis nehmen sehr wichtig bitte diese veranstaltung nicht als handelsempfehlung fürchten dient nur zu schulungszwecken und sie müssen ihre eigene entscheidung treffen so wie immer ja sehr wichtig an der stelle ja heute eigentlich auch ein besonderer tag us mit term elections mal schauen ob die märkte sich im vorfeld schon bewegen werden oder eher zurückhaltend sind und deswegen schalte ich jetzt auch mal rüber zu dirk und wünsche viel erfolg und viel spaß ja einen wunderschönen guten morgen auch von meiner seite ich hoffe ich bin hier mit dem richtigen mikrofon am start und ich hoffe man kann mich gut hören man kann ich gut das ist schon mal zu anfangen so und jetzt müsste auch mein bildschirm da sein jetzt wenn ich nicht alles falsch gemacht habe okay so dann hier herzlich willkommen aus köln live sozusagen heute morgen zur dax eröffnung warum fangen wir eigentlich immer macht um viertel voran also genau um noch zu besprechen was ich wollte gerade sagen das war deine idee das stimmt ich habe manchmal komische ideen stelle ich fest so ich gehe mal kurz so ein bisschen auf den markt hier ein wir sind ja tatsächlich nur im dax unterwegs also dort schon so weiter habe ich zwar nebenbei im blick könnt ihr jetzt nicht sehen das hier bei mir auf dem anderen bildschirm aber das ist ohnehin nur der future wobei der sich gerade schon relativ ordentlich bewegt und da kann es natürlich schon sein dass der dax jetzt zumindest mal kurz vor neun sich da halt noch anschließt und noch kurz auch nach rennt und gestern war ja alles so ein bisschen zurückhaltend ist glaube ich milde ausgedrückt und wir haben gestern überhaupt gar keine volatilität gehabt ich gehe mal hier erstmal in den stundenchart rein habe hier mal ein bisschen was vor eingezeichnet zum unter anderem die linie natürlich aus dem blog den ja auch wahrscheinlich die meisten hier kennen falls nicht kann ich aber auch mal noch mal kurz zeigen wo man den findet also so sieht das ganze aus ja das heißt also hier einfach bei dillkilger.de und dort gebe ich halt immer täglich eine einschätzung ist auch hier natürlich der link zum webinar und so weiter und dann halt vertreten ich habe mich heute hier zurückgehalten gestern war es ein bisschen ausführlicher und wir sind eigentlich so wie ich das sehe jetzt mit einem tag verzögerung halt hier im markt das kommt manchmal vor dann hat man einfach nur ein seitwartstag und dann löst sich alles erst einen tag später dann auf und ich werde das jetzt aber nicht vorlesen weil ich weiß das natürlich auch so was ich da halt im sinn hatte und erzähle da mal jetzt mal kurz bisschen was dazu also wir sind grundsätzlich ich denke mal das ist klar wir sind grundsätzlich short also übergeordnet short auch wenn wir jetzt halt hier die ganze zeit am steigen sind das ist halt erst mal korrektiv und die frage ist natürlich bis wohin geht das ganze ja also in der korrektur und das natürlich nicht immer so ganz einfach rauszufinden und vor allen dingen auch gar nicht so einfach sich da halt in die richtige richtung dann auch einzuschießen weil was nutzt mir ein short markt wenn es den ganzen tag hoch geht und ich bin day trader bringt mich natürlich nicht weit das heißt dann muss ich natürlich auch versuchen entweder long dann zu handeln oder hat eben möglichst weit oben short rein zu kommen und also was man hier sieht ist jetzt halt der der stunden chart und wie man auch sieht es gibt nicht allzu viele linien bei mir und diejenigen die schon öfters dabei gewesen sind ich sehe es sind halt ein paar mehr als jetzt auch beim letzten mal nochmal deswegen muss ich da immer ein bisschen weiter ausholen also der handel ist bei mir rein vertikal und ich handel nicht oder beziehungsweise gucke eigentlich fast nicht auf diagonale linien außer wie hier jetzt zum beispiel das ist halt ein bisschen auffällig die linie habe ich halt vor einigen tagen schon mal irgendwie gezeigt und eingezeichnet was wir hier sehen es hat wirklich diverse fehlausbrüche nach unten fehlausbrüche deswegen weil alles was eine lange lunte hat oder langen doch ist ein fehlausbruch klar weil es ging ja einmal kurz runter und wurde direkt wieder korrigiert dann an die richtige stelle also fehlausbruch und hier sieht man wirklich ganz deutlich hier drei punkte die halt exakt miteinander übereinstimmen und wo wir jetzt auch hier so ein bisschen drunter hängen kritisch ist natürlich immer bei der dir bei diagonalen linien deswegen bin ich da auch überhaupt gar kein fan davon kritisch ist die die zeiteinheit ja also handele ich jetzt irgendwie oder zeichne die linien wie jetzt hier mit den overnight kursen oder habe ich sie zum beispiel nur im kassa und entsprechend verschiebt sich das ja dann halt auch alles und deswegen hat man da nie eine genauigkeit und das ist eben der grund warum ich halt rein vertikal da auch lieber im markt bin weil das ändert sich einfach nicht da bin ich von dem faktor zeit zumindest jetzt was support und resistance angeht halt einfach überhaupt nicht abhängig und kann mich da entsprechend und da halt wesentlich genauer im markt dann eben auch orientieren nichtsdestotrotz das hier ist halt natürlich schon auffällig und hier sieht man auch so ein bisschen das scheint auch irgendwie scheinen auch andere irgendwie gesehen zu haben der kurs klebt ja schon so ein bisschen daran und hier gestern mal kurz aufgesetzt gut jetzt über nacht das zählt natürlich jetzt nicht wirklich aber ich denke mal das ganze wird schon mal eine rolle spielen und so vom ersten eindruck sieht es aus als wird es auch gleich noch mal da drüber gehen und sich noch ein bisschen mit diesem mit dieser linie befassen ich bin ein bisschen erkältet habe ich das gefühl stelle ich hier auch gerade selber fest ich hoffe ich muss hier nicht irgendwie die ganze zeit die nase hochziehen oder schnäuzen also man sehe es mir bitte nach so das hat mal so das generelle bild und ich habe hier eingezeichnet einfach ein zickzack damit man auch sieht wo aufsteigende hoch sind aufsteigende tiefs beziehungsweise wann sich das ganze auch noch mal umdreht wir hatten hier das war am freitag zu den nfp ist das hoch für meine begriffe bei 11 667 auch wenn hier kleiner fehler ausbruch wiederum drüber ist das war für mich am freitag halt hier relevant und hat auch ansonsten genau das gemacht was er sollte nämlich tatsächlich hier unten hin und dann noch mal hier zurück zu 11 561 es waren ja vielleicht auch einige die hier dabei sind in dem nfp-webinar mit drin das war halt wirklich dax wie auf bestellung ist das ja gelaufen und das heißt man sieht aber hier auch es gibt keine neuen tiefs ja also was hat hier jetzt passiert ist so ein bisschen drunter das ignorieren wir jetzt einfach mal weil es wurde ja direkt wieder zurückgekauft gab auch wieder ein aufsetzer hier auf der 11 493 die war für mich deswegen relevant weil das war halt vorher sieht man ja hier ganz klaren widerstand ja einmal hier oben dran und dann halt hier stundenlang noch mal kurz davor und dann irgendwann halt durchbrochen und dann doch noch mal zurück und wieder widerstand und dann ist er halt hier ausgebrochen und deswegen war das halt auch als rücklauf level das ist ja mein üblicher ansatz der auch sehr oft funktioniert das hat eben so ein widerstand wenn er durchbrochen ist dann wird er auch meistens noch mal bestätigt und dann erst ist das ding halt mit mit dem zweiten anlauf gilt es für mich dann eben auch als tatsächlich durchbrochen das ist jetzt so ein bisschen der fall hier deswegen glaube ich auch nicht dass wir jetzt da einfach noch mal durch nach unten fallen ja das wäre zumindest ungewöhnlich ich meine möglich ist alles und aber halt zumindest mal ist die wahrscheinlichkeit halte ich für relativ gering dass wir da jetzt einfach nach unten purzeln kann natürlich sein dass wir ein paar punkte nochmal in die richtung gehen aber ich denke schon eher dass wir ein stück weit nach oben laufen das habe ich tatsächlich denke gesagt ich versuche wirklich immer das wort ich denke das zu vermeiden weil viel wichtiger ist halt dass man genau hinguckt was passiert so dass das deckt sich natürlich dann entsprechend auch hier mit mit dem komischen diagonalen strich hier das heißt wenn wir noch mal da hochlaufen also weil hier support support übernacht zählt nicht und dass wir tatsächlich hier nochmal versuch auf der oberseite bekommen werden und der wird nach meinem dafürhalten erstmal laufen hier bis in diesen roten kasten da ist auch zufälligerweise ein pivot den habe ich vorhin mal hier aktiviert das kann man ja ganz einfach machen hier mit knopfdruck und da sehe ich halt auch hier den pivot punkten der fängt halt interessanterweise genau unterhalb von diesem cluster von diesem roten kasten an so was hat es damit auf sich wir haben halt hier ähnliches ja das heißt wir hatten hier diverse hochs und hatten hier halt auch so ein bisschen range bildung und die unterkante von der range war recht eindeutig hier ja weil ab da ich hoffe man kann das sehen ich muss irgendwie zu kleines einfach sagen ich kann mir auch hier vielleicht mal die fragen auch mal einblenden falls da irgendwie ein einwand kommt dann sehe ich das natürlich auch selbst so ach so nelson ich sehe übrigens gar nichts hier an falls da irgendjemand was geschrieben hat das ist deaktiviert ok du bist dafür freigeschaltet aber bis jetzt alles gut ok so das heißt also alles gut heißt es will keiner was sagen genau und nicht mal ein hallo hier von keinem hallo ganz viel und guten morgen also das ist er lauf für dich also er sehe ich aber auch nicht nur also ich sehe gar nichts nur hat gefragt hat eine frage gestellt die blog linien sollten doch mal per addon kommen morgen oder wann ja 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 ich weiß das ist tatsächlich auch schon jahr her das habe ich gestern noch mit mit dem torsten helbig auch noch telefoniert habe ich auch gesagt ich habe da gestern irgendwie mal diverse alte sachen angeguckt und bin erschrocken dass da halt die projekte teilweise schon ein jahr da halt brach liegen also solche geschichten die ich halt machen wollte weil halt einfach andere sachen dazwischen gekommen sind aber es natürlich echt klar das wird auch noch kommen also ganz ganz sicher wird das noch kommen nur das ding ist immer das ich bin halt immer der meinung wenn man was macht dann sollte man es wirklich richtig machen und das sind die überlegungen halt schon viel viel weiter gegangen und jetzt ist natürlich ein bisschen komplexer als vorher und deswegen ist es halt so ein bisschen nach hinten gerutscht aber nicht jetzt irgendwie weil ich da keine lust mehr hatte oder weil es nicht mehr gefragt ist sondern halt weil es halt einfach wenn es dann jetzt kommt doch drei nummern größer größer sein wird als ursprünglich gedacht so aber nochmal hier ganz kurz darauf zurück jetzt erstmal hier zum markt weil der macht ja auch gleich auf ein paar minuten also wir haben hier oben das gleiche prinzip wie hier unten das heißt also hier sieht man halt eine range bildung ist jetzt auf einer stunde ja sind das immer natürlich immer nur ein paar kerzen aber auf 15 minuten habe ich jetzt noch gar nicht geguckt dort dürfte sich das ein bisschen anders darstellen zum beispiel schon sieht man hier besser also einfach immer wieder gekauft 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 und es war halt einfach ein support level und es dann genau das gleiche passiert das heißt wir sind ab hier dann auch nach unten gerutscht und zwar einfach so durch ohne dass da jetzt hat irgendwie auch noch mal ein test stattgefunden hat deswegen wäre das jetzt für mich auch so die erste was heißt erste anlaufstelle also andersrum das ist nicht die erste anlaufstelle es wäre schön wenn sie es wäre aber wenn wir da oben hin laufen glaube ich nicht dass der da einfach durch rennt ja sondern wir werden reaktion kriegen entweder hier schon direkt auf der unterseite wo dann eben auch der pivot ist oder dann hat hier oben so im letzten in den letzten aufsätzen auf der oberseite irgendwo dazwischen wird relativ sicher Gegenwind kommen ist aber dann halt auch die frage da muss man ein bisschen genauer hingucken wie kommt er denn dahin ja also deswegen sage ich ja ich würde mir natürlich wünschen wenn er es halt hier direkt einen ausbruch kriegen um 9 uhr der bis da oben hingeht weil dann ist es für meine begriffe relativ einfach dass da oben auch short zu handeln wenn der sich aber hier zu lange aufbaut das ist nämlich gerade so ein bisschen das problem hier mit der 11.560 haben wir haben hier einen tag pause einen tag range und dann ist es auch ganz oft so und das entsprechend halt das nur genutzt wurde um zu konsolidieren das heißt hier unten wurde halt gestern viel abgewickelt ja also die bullen haben hier alles gekauft was hat hier unten unterhalb noch mal war in diese richtung und stabilisieren sich hier und da kann es dann einfach sein dass die dass die bären hier an der stelle aufgeben und sagen okay macht ihr mal und wir gucken uns das ganze mal eine etage höher an deswegen kann es sein dass wir hier durch die 11.560 auch einfach so durchlaufen als wenn da nichts wäre da bin ich halt mal gespannt ich habe ja auch gesagt schon möglich dass wir heute ein bisschen mehr volatilität bekommen und das ist halt eben auch der grund ja weil wir halt hier gestern so in der range rumgetingelt sind so jetzt kann es natürlich aber auch passieren dass wir noch einen tag kriegen der sich in dem bereich abspielt und es dann morgen halt losgeht weiß ich natürlich nicht also kann ich halt nur mutmaßen was wir hier oben auch noch haben ist das ich bin jetzt hier mal links im 15 minuten chart hier oben haben wir das valley area high von gestern also in dem bereich von 11.558 etwa bis 11.509 wurde gestern 70 prozent des volumens im future gedreht und das ist natürlich jetzt erstmal der interessante bereich das heißt das hier ist gestern von den kerzen mal völlig abgesehen rein vom volumen her ist das jetzt erstmal der interessante bereich und kann es sehr gut möglich dass der jetzt erstmal komplett von oben nach unten abgeklappert wird ja und das heißt auch wenn wir jetzt hier runter kommen würde ich dort tatsächlich auch versuchen eine long position hier direkt mit reinzusetzen also wir haben jetzt 9 uhr sieht ja ist ein bisschen bewegung da und weil das natürlich jetzt erstmal ich fange jetzt hier erstmal klein an weil das natürlich der bereich ist der natürlich noch attraktiv ist und darunter wird es dann extrem attraktiv ja also rein vom volumen und von von der preisstruktur her betrachtet deswegen wenn der hier runter geht auch wenn der hier das overnight tief hier unterschreitet würde mich jetzt nicht wirklich stören ich bin mal hier nicht so geizig mal ein bisschen mehr hier drauf und deckt sich auch hier an der stelle zum beispiel mit dem close von future bei 11.506 etwa müsste der gewesen sein also umgerechnet hier natürlich auf die kassakurse was wir halt hier auch noch haben auf der rechten seite noch mal im stunden chart das ist entsprechend halt auch ein pivot hier auf der unterseite ist natürlich auch ganz gerne gehandelt und das wäre auf jeden fall der muss immer hier bei 11.514 hier 11.508 bzw 9 das sollte auch in irgendeiner form reaktionen hervorrufen also falls wir jetzt tatsächlich in einem rutsch bis darunter kommen hier sehen wir auch den pivot punkt ist ja hier auch eingezeichnet und da würde ich auch gar nicht lange fackern an der stelle sondern direkt erstmal kaufen und dann halt mal gucken was passiert also auch wenn der dann halt hier vielleicht sofort raus fliegt ich bin halt hier hier eingestellt einen stop von zehn punkten jetzt erstmal und würde aber dann trotzdem da dran bleiben aber wie der nelson ja vorhin auch schon gesagt hat ist natürlich alles keine handelsempfehlung und deswegen bitte nicht einfach nachmachen bei einem zweifelsfall ist es eben auch so dass jetzt hier irgendwie könnte genauso gut sein dass wir jetzt hier einfach unten dass er halt letzten endes dann der stop loss gerissen wird und wir halt einfach eine stunde hier unten stehen und dann ist es mir wie nah vorbei und das heißt alles was ich was dann danach kommt wird da halt dann auch keiner mehr sehen deswegen ist nachhandeln immer eine ganz schlechte idee so jetzt gucken wir uns das mal an ob hier was passiert ich gehe mal auf eine minute da sehen wir ein bisschen besser ob wir hier eine reaktion haben das direkt am niveau das würde ich jetzt mal noch nicht machen zumal hier noch keine fünf minuten auch um sind so ein bisschen zeit vorlaufzeit sollte man jetzt schon noch geben und aktuell ist ja eben hat hier auch noch sieht man das einfach der abwärts impuls ist jetzt erstmal noch da deswegen gucke ich mir das mal kurz an also wenn es natürlich direkt da oben hin läuft dann muss man gucken ob man vielleicht in einem anderen kleinen rücklauch da halt noch mal reinkommt aber hier die paar pünktchen die würde ich jetzt schon mal abwarten was ich halt auch mache also jetzt hier diese von der positionsgröße stelle ich mich halt so ein dass ich das halt auch skalieren kann im zweifelsfall das heißt also nicht unbedingt nur eine position an der stelle sondern dann vielleicht auch hier unten dann irgendwie noch mal einer dazu geben also dass ich mal hier einen average bilde bis dann halt letzten endes die positionsgröße zusammen ist und beziehungsweise kann das ja auch in teilen noch mal auflösen also jetzt das heißt nicht hier wahllos verbilligen ja nach unten hin das ist natürlich nicht der plan sondern einfach halt hier aber erreichen und die positionen managen das übrigens halt auch immer so ein so ein ding in was glaube ich viele halt auch oder insbesondere die anfänger hat auch oft irgendwie gerne verwechseln also in der büchern steht ja immer man darf nicht verbilligen und das natürlich quatsch ja also ich sag mal wenn man jetzt irgendwie jetzt irgendwo gekauft hat ja und hat irgendwie ein stop loss von 50 punkten und obwohl der markt schon irgendwie längst gedreht hat kauft man dann halt nach also das ist für mich halt verbilligen also im klassischen sinne und das macht natürlich auch keinen sinn es macht aber so lange sinn wie man sagt okay der kann hier hingehen der kann da da das ist aber alles noch in ordnung vom vom setup her es wäre nicht mehr in ordnung wenn man zum beispiel jetzt hier die letzten tiefs von gestern rausholen und hier per stunde drunter schließen ab der stelle spätestens ist es dann halt einfach nicht mehr in ordnung ganz klar und aber solange halt die die grundbedingungen noch stimmen spricht da überhaupt nichts dagegen auch unterhalb zu skalieren und dann halt sozusagen das ganze zu verbilligen also spricht meines erachtens wirklich überhaupt nichts dagegen man muss ja auch nicht alle positionen drin lassen man kann ja auch immer wieder rein und raus gehen und das geht ja mit dem stereo trader schon sehr einfach auch und vor allem sehr schnell so jetzt bin ich mal gespannt ob wir hier noch überhaupt nach impuls bekommen wir haben auf jeden fall sieht man ja hier ich habe das x frame add-on auch drin das heißt ich habe hier vorne bin ich im ein minuten chart sehe aber im hintergrund meine fünf minuten kerzen und hilft mir natürlich auch so ein bisschen die die rhythmik hier zu beurteilen und entsprechend passt jetzt auch erst mal hier die reaktion von ein paar punkten dazu weil wir haben eine rote kerze im fünf minuten chart die ersten fünf minuten sind um also ist der folge impuls jetzt erst mal richtigerweise auch nach unten gewesen so ob es das jetzt war oder ob wir tatsächlich jetzt direkt nach oben ausbrechen was ich nicht hoffe das werden wir halt gleich mal sehen also wenn natürlich jetzt hier schade wegen irgendwie den den drei punkten das hatten wir das letzte mal glaube ich leider auch schon wo ich das so ein bisschen verpasst habe und trotzdem ist beim letzten mal ganz gut was rausgekommen insgesamt aber kann natürlich passieren da wird es aber dann schwieriger sich hier oben dann halt entsprechend nochmal einzufinden aber noch ist das alles sehr zurückhaltend das heißt man sieht jetzt hier einfach an der bewegung das interesse hier zu kaufen hält sich gerade zumindest noch in grenzen das heißt schon wahrscheinlich dass dann halt auch noch mal ein tieferes tief kommt sei denn er geht jetzt hier wirklich mit einer minuten kerze direkt da oben hin so das heißt dann haben wir das ganze nur verzögert aber so ist das erstmal alles noch vollständig in ordnung und bitte ja ich grätsch mal dazwischen weil da ist auch eine frage gekommen bezüglich positionierung auf wie viele cfc's würdest du maximal erhöhen sechs und dann mit 15 punkte stop loss fragezeichen ne also ich meine das kommt ja aufs konto an ja also das kann man ja so so pauschal jetzt nie sagen also wenn ich jetzt aber zum beispiel meine ich 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 ist ja die frage des des risikos was ist kist riskiere ich pro trade so der eine fühlt sich mit 0,5 prozent wohl der nächste mit fünf prozent und das einzige was man ja im auge behalten muss ist ja dann deshalb mit der gesamtpositionierung halt mein risiko nicht überschritten wird das heißt wenn man jetzt zum beispiel mit einem klassischen crv daran geht also chance risiko verhältnis das funktioniert ja an der stelle überhaupt gar nicht das heißt ich kann hier gar nicht mal unbedingt sagen so das ist jetzt mein risiko das ist mein maximaler profit und weil das in der skalierung habe ich ein dynamisches risiko und auch wenn ich dann zum beispiel auch mal für einen moment völlig über positioniert bin ja heißt es ja nichts weil ich kann ja jederzeit mein risiko auch wieder verringern und muss dazu auch nicht zwangsweise nicht zwangsweise einen festen stop loss haben weil genauso gut wenn ich jetzt zum beispiel hier unten einkaufe ich habe hier irgendwie drei long orders halt liegen kann ich auch genauso gut das ganze nach unten so wieder auflösen ja das heißt an der stelle ist es halt völlig dynamisch und da muss man einfach gucken dass man halt so das persönliche wohlbefinden eben passend natürlich auch zum konto dass man das halt einfach nicht überschreitet deswegen kann man das pauschal überhaupt nicht beantworten also hier wäre jetzt halt bei also ich würde halt hier versuchen nicht über sieben rauszukommen und deswegen ist hier drei jetzt erstmal völlig in ordnung auch dreimal drei wäre noch in ordnung müsste aber dann trotzdem gucken wenn es dann halt zum beispiel da durchgeht dass ich das entsprechend dann nach unten auch wieder ausskaliere und oder schwieriger wird es halt nur wenn ich anfange dann halt oben zu pyramidisieren um die position aufzubauen weil dann bin ich zwar auf der einen seite bin ich zwar mit meinem gewinn dann letzten endes da drin aber vergrößern wir natürlich halt das risiko dann nach unten ja und deswegen finde ich es eigentlich immer einfacher lieber dann habe an unteren ende dort bisschen mehr zu machen und nachher mich oben zurück zu halten bei ganz oft ist dann so dann hat man irgendwie eine pyramide oben drin und dann läuft läuft die pyramide in verlust die ursprüngliche position ist auf null und dann stehe ich da und habe eigentlich eine gute idee gehabt und kriegt es aber nicht mehr vernünftig umgesetzt so jetzt muss ich aber hier mal kurz ein bisschen gucken also hier wäre jetzt natürlich wichtig dass wir das hier zum auge behalten also generell würde ich halt schon gerne hoch ich denke mal das ist ja klar beziehungsweise ist verstanden worden zumindest ob das richtig ist werden wir rausfinden und deswegen wäre natürlich jetzt für long eigentlich im eigentlichen sinne dürfte hier kein neues tief kommen so ich versuche mich aber trotzdem hier unten ein zu skalieren und heißt aber auch wenn er jetzt hier kein neues tief macht und relativ schnell nach oben zurückziehen sollte dann muss ich natürlich gucken dass ich mir oben jetzt einstoppen das kaufinteresse ist noch arg beschränkt hier an der stelle was kann sich natürlich ganz schnell drehen das heißt ich würde jetzt hier sehen wir hier sie future eröffnung so jetzt haben wir die letzte die letzten block sozusagen von der 15 minuten kerze bahnt sich hier an das heißt ich würde dann schon versuchen jetzt auch hier in dem bereich irgendwo oberhalb dann noch per stop jetzt aber einfach nur für den fall falls es jetzt irgendwie sofort nach oben laufen sollte so ich mache das jetzt hier war erst mal wieder weg weil das will ich mir schon vorbehalten ich mache auch hier mal den stop loss ein bisschen größer erst mal weil die position ja wie gesagt ist ja beschränkt jetzt an der stelle jetzt bin ich ja mal gespannt was jetzt hier passiert aber generell war das bis jetzt ja soweit okay ja das hier auch mal abzuwarten und hier die die impuls richtung von den fünf minuten kerzen die jetzt erstmal ein bisschen zu verfolgen er muss natürlich wenn halt hier ein halbwegs brauchbares bild bei rauskommen soll muss er natürlich versuchen die 15 minuten kerze auch in grün entsprechend abzubilden also beziehungsweise jetzt hier in meinem falle in weiß das heißt wir haben nur vier minuten zeit und weil ganz einfach oft ist es halt so dass die ersten 15 minuten dass es danach halt dann eben entsprechend eine klare richtung dann erstmal weiter geht aber hier unten sieht man jetzt einfach hängt hier am pivot ja und das ist natürlich ein punkt wenn man den zeit blind handeln würde weil da ein pivot ist ist natürlich auch dazu geeignet um hier halt nach unten ein paar stops abzufischen und würde sich entsprechend auch decken hier mit mit dem value area low von gestern und hier rein aus volumentechnischer sicht ist es halt eben so ab der linie würde sich aus volumensicht entsprechend hier unten abwärtstrend halt auch bilden beziehungsweise der aufwärtstrend muss entsprechend über muss bestätigt werden hier oben drüber das heißt über den value area high und weil hier entscheidet sich außerhalb dieses bereiches ob wir den trend kriegen und vor allen dingen eben auch in welche richtung so jetzt sieht man hier auch dass wir das hier schon so ein bisschen zögerlich das ganze jetzt wird ja so kriegen wir jetzt ein neues low oder gehen wir halt nach oben weg wie gesagt ein kleiner absacker hier runter fände ich schon gut dann hätten wir ein kleines neues tief was dann gerne auch als schweinerei bezeichnet wird aber in wahrheit ist es einfach der test von dem tief wie gesagt aus volumensicht von gestern von daher wäre das okay hier sind wir ein ganz kleines bisschen drunter aber die volatilität ist leider gottes sehr überschaubar hier also der norbert sagt noch 490 480 kommt noch ja ja es kann sein alles möglich und der düsseldorfer mal wieder muss ich hier wieder einmischen ist unglaublich wir lassen demnächst einfach mal den norbert hier handeln live das wäre doch mal eine maßnahme oder noch finde ich gut aber das übrigens einer von den guten aus der gruppe macht auch sehr sehr schöne trades und bettelt sich sehr gerne mit mir aber also ich glaube das liegt in der natur der sache weil ich bin ja aus köln und der norbert aus düsseldorf das geht glaube ich gar nicht anders das muss so sein also daher passt das schon nein aber das ist schon alles gut und richtig was der norbert auch sagt problematisch wird es immer nur wenn er wenn ich long bin und er will short gehen oder um so ein paar erfahrungswerte der vergangenheit da der dax hat es gerade nicht tut werde ich mal zwei fragen mal reinschmeißen kannst du auch jederzeit unterbrechen einmal natürlich zum x-frame wo bekommt man das und deine einstellung wobei deine einstellung sieht man ja unten links genau die einstellung sind ja da das x-frame bekommt man ich will es nur gerade jetzt nicht zeigen weil ich muss ich muss ich muss jetzt hier mal kurz aufpassen ob wir hier dabei bleiben oder ich habe den auch mal kurz weggemacht weil ich das jetzt nur so ein piekse nach oben gibt und dann runter das würde ich mir halt sparen aber wird hat hier schon gucken wie sieht er die fünf minuten kerze die sieht natürlich aus wie die stunden kerze ist nicht so schön erst mal da sollten wir jetzt wahrscheinlich auch noch mal nach impuls bekommen deswegen der hier erstmal weg dafür ist die zeit jetzt zu kurz ja sie 15 minuten kerze und stunden kerze ist jetzt erstmal identisch das heißt hier müsste eigentlich noch mal nach einem kurzen rücklauf auch noch mal noch mal einer nach unten und dann auch kommen aber die volatilität ist überschaubar ich mach das mir eben kurz an kannst ja auch hier machen das wäre vielleicht wesentlich einfacher beziehungsweise ja da sieht man es ja halt nur dass die stunden kerze jetzt hier und in der drin die fünf minuten kerze das heißt hier schon noch mal kurz abwarten was dann entsprechend noch nach unten passiert und ein neues tiefs müsste eigentlich schon noch kommen das sollte dann nur nicht allzu weit sein und das hat auch immer so ein bisschen die ich versuche hat auch mal so die den impuls gebenden time frame halt irgendwo auch ausfindig zu machen ja und dass das entwickelt sich ja dann halt immer das heißt wo man dann hat sieht okay da ist es relevant und da ist nicht relevant und 30 minuten hat natürlich wiederum eine höhere aussagekraft und stunde halt sowieso also stunde ist klar das ist für mich hat immer so der natürlich maßgeblich also intraday halt übergeordnet sozusagen und wobei halt die taktgebung in sie einfach mal so ganz oft in den kleineren ist und das entweder 15 minuten oder 30 minuten so wenn jetzt hat zum beispiel folgendes passiert dass wir hier jetzt einmal kurz drunter laufen und dann anschließend die 15 minuten kerze aushebeln dann hätten wir auch halb zehn und damit wäre die erste 30 minuten kerze durch und dann macht es wahrscheinlich auch sinn ab da halt mehr auf die 30 minuten zu schauen als auf die 15 minuten arbeit zwar mal ab so hier ist übrigens was habe ich hier eingestellt bei x frame kann ich halt hier die anzahl der kerzen einstellen hier ist zum beispiel zwölf eingestellt das heißt wenn ich in fünf minuten chart wechsle das kann also noch einfach auf drei stellen dann sehe ich halt hier jetzt im hintergrund die 15 minuten kerzen so jetzt aber mal aufpassen kleines tief haben wir gehabt so den mal kurz abwarten das ist die value area intraday mal gucken ob die gekauft wird und wenn dann muss ich halt hier an ein bisschen höheren punkte zeit rein dann ist das eben so aber die minute warte ich jetzt mal ja also hier wird jetzt versucht entsprechend noch mal in den fairen preis bereich noch mal zurück zu laufen wenn die jetzt halt so endet 15 sekunden ist es noch und dann würde ich halt dann schon versuchen da halt jetzt dann leider auf ein bisschen höheren niveau halt long reinzukommen weil hier unten ist ja erstmal nicht mehr weiter verkauft worden und baue dann mal auf die 30 minuten kerze so ein kleines gap nach unten ich mache jetzt mal hier einmal shift klick und das heißt ich habe hier wie man sieht eine stop order die hinterher geführt wird so und brauche dann halt auch einen kleinen kleinen rücklauf um da jetzt entsprechend reinzukommen so jetzt erstmal drin und jetzt brauchen wir natürlich hier in der fünf minuten kerze die dann entsprechend auch wieder in in grün dann halt schließt dann ist es halt ein bisschen einfacher was jetzt natürlich vom vom niveau her nicht nur so hoch nicht nur so schön wie vorhin das ist klar wäre mir natürlich lieber gewesen hier unten wir hätten den bekommen den punkt und vielleicht kommt ja auch noch gucken sollen jetzt doch erst mal ein bisschen weg hier so und wie gesagt das heißt jetzt auch nicht dass das halt unbedingt ja auch wenn ich den jetzt halt hier hinsetze ich gucke dem dann aber trotzdem nicht zu sondern geht er lieber im zweifelsfall dann halt manuell vorher raus weil ich brauche natürlich schon ein paar käufer an der stelle und um da halt entsprechend auch daran festzuhalten und ich hoffe halt wirklich nur dass wir hier mal ein bisschen volatilität bekommen und dass das nicht wirklich so dabei jetzt bleibt das wäre natürlich schon sehr traurig weil dann hätten wir leider gottes wieder das gleiche geschiebe wie gestern das letzte mal war es glaube ich echt gut bei den bei der eröffnung da ist ja einiges zusammen gekommen an punkten vor allen dingen halten sehr sehr kurzer zeit aber da hatten wir halt auch ein schönes short squeeze und den man entsprechend oben auch noch mal sehr schön einfangen konnte und das macht natürlich spaß wenn man dann halt innerhalb von der ersten halben stunde erst mal 70 80 punkte rauf und runter läuft und sowas fehlt mir halt also hier fehlt hat einfach mal so ein richtiger impuls von mir aus soll das auch mal unten machen und nicht rauskicken das ist mir auch egal dann weiß ich aber wenigstens okay ich bin nicht alleine hier sondern da gibt es auch noch andere die diesen markt handeln weil das hier sieht ja gerade so ein bisschen traurig aus so jetzt mal gucken also wir sind jetzt erst mal abgewiesen worden an der valley area erst mal das heißt jetzt aber noch nichts entscheiden dürfte jetzt halt wirklich sein was passiert die nächsten zehn minuten kommt hier noch mal was nach laufen wir jetzt noch mal zurück zur eröffnung brechen dann nach oben aus oder geht das jetzt tatsächlich so weiter wie gestern also ich habe vorhin gesagt die gefahr besteht natürlich ja dass wir hier noch einen tag als irgendwie einfach nur auf der stelle stehen aber das weiß man ja leider vorher nicht so mal gucken also neue tiefs gibt es hier erst mal keine vielleicht gibt es so ein kleines schweine tief hier das heißt noch einmal kurz nach unten gefischt und würde aber noch bedeuten wenn es schnell geht dass dann halt hier auch einfach mal ein bisschen was passiert und dass da halt auch ein paar aktiv werden von daher wäre das schon in ordnung von sowas darf man finde ich halt auch sich nicht allzu sehr beeindrucken lassen wenn jetzt halt irgendwie ja wenn man da halt mal ausgestoppt wird oder so da muss man einfach genau gucken was passiert denn da wirklich was man ja ganz oft sieht ist zum beispiel hat runter kommt ausgestoppt und dann zieht eine ein minuten kerze wieder komplett auf anfang zurück und das heißt ja nichts anderes als dass da unten halt einfach ein käufer das bisschen interessanter fand ja so das level als jetzt irgendwie halt dann oberhalb so jetzt bin ich jetzt hier erstmal ein bisschen größer gefüllt so jetzt darf natürlich hier unten nicht mehr allzu viel kommen vielleicht hat der norbert ja dann recht und dann müssen wir uns halt einfach mal eine etage tiefer einkommen jetzt sind wir hier unter dem value area low von gestern so und jetzt bin ich mal gespannt ob das jetzt hier kräftig nach hinten losgeht oder ob es hier vielleicht nicht doch noch ein käufer kommt soll den stop lasse ich jetzt erstmal da das heißt wenn wir hier gefischt werden ist okay und dann muss man wie gesagt gucken wie wir dann da hoch kommt aber für mich ist es also was halt einfach mir so ein bisschen merkwürdig erscheint ist dass das hier so so langsam runter drückt ich mache jetzt mal folgendes ich gebe jetzt mal ein manuell raus das heißt ich bin jetzt hier erstmal nochmal nur mit drei kontrakten drin und das ist das was ich vorhin meinte ja das heißt ich kann jetzt halt hier natürlich mein risiko dynamisch halten ja ich habe jetzt hier ein paar punkte ist erstmal nur verloren an der stelle ich habe den aber halt hier nochmal aufgelöst also teil aufgelöst und einfach um zu gucken was passiert hier damit ich falls es jetzt doch noch mal runter geht hier nicht mit der ganzen position dann drin bin sondern eben jetzt hat nur noch mit mit einem teil und so meinte ich das halt eben ja man darf natürlich nicht oder man sollte nicht hingehen dann hat hier die ganze zeit einfach immer weiter nachkaufen sondern hat ja die möglichkeit sich das entsprechend hier anzugucken so wie man jetzt hier sieht ja auch kommt jetzt hier das über das interesse gerade so ein bisschen größer und das heißt halt auch sondern 23 die 30 minuten kerze wird demnächst fertig das heißt auch wenn jetzt hier was nachkommt ja und dann war das jetzt hier einfach das interessantere kauf level sondern muss man natürlich gucken wie wir da wieder rein kommt oder man lässt es einfach bei der gesamtposition und lässt die dann halt laufen ja also vorausgesetzt natürlich es gibt überhaupt man hat hier irgendwie demnächst noch käufer in diesem markt ja das hat hier wirklich nur 45 punkte rauf und runter meine güte das ist schon ein bisschen traurig gerade hier so von der wohne aber man sieht ich war jetzt mal noch diese ab kerze und dann gucke ich mal wenn wir hier oben nämlich noch mal rauf kommen dann würde ich hat hier entsprechend auch noch mal in den long noch mal dazugeben was ich halt vorhin meinte ist was hat was mir so ein bisschen merkwürdig erscheint ist dass wir so langsam hier runter drücken ganz langsam ja so als würde man hier irgendwie alle unbedingt heraus quälen wollen aus diesem markt und dann nachher doch nach oben weg zu ziehen da sieht man eigentlich ganz oft das kann natürlich jetzt hier auch täuschen ist keine frage aber würde mich jetzt nicht unbedingt wundern hier ist eine kurze frage zum profile add-on dann beim teilnehmer ist eine abweichung sind zu dir ungefähr acht punkte ob du dann der optimierte einstellungen hast oder wie es zu dieser abweichung kommen kann ist denn der teilnehmer auch bei fx flat das wäre meine erste frage ja ja dann ist dann sollten die uhrzeiten nicht stimmen also das heißt die die profildaten sollte man dann hat mal überprüfen ob das tatsächlich alles stimmt und weil eigentlich sollte das ja ansonsten identisch sein und vor allen dingen was man auch sagen muss gerade in der ersten stunde habe ich halt eigentlich nur im einen minuten chart eine genauigkeit also da unbedingt auch mal drauf gucken ob das dann halt auch übereinstimmt so also hier wird jetzt versucht die die value area darunter zu bleiben und gleichzeitig entsprechend auch die zurück zu kaufen so hier ist natürlich jetzt so ein bisschen schwieriger punkt weil das war ja halt voll erst mal hier support ist jetzt nach unten gebrochen worden klar wir sind es hier nur auf eine minute sollte man sich überbewerten trotzdem und jetzt hier möglicherweise auch noch mal eine kleine reaktion geben und aber ich brauche hier mal käufer das kann ja alles nicht wahr sein sondern das heißt wenn wir hier also hier wird es eigentlich versucht ja noch mal aus aus volumentechnischer sicht dass wir halt also hier wird versucht ein abwärtstrend gegenüber gestern halt zu etablieren deswegen klemmt er jetzt hier unter dem value area low und aber hier dürfen auch schon ein paar interessen aufeinandertreffen und das heißt das ist auch ganz schnell wieder zurückgekauft und ich würde natürlich als allererstes wenn das jetzt mal kommt natürlich erstmal hier in die intraday value area reinkommen und dann halt wäre halt hier nochmal die eröffnung das heißt rein vom bild her werden wir dann mal eine eröffnung vom future und da ist auch der bb ob das wäre auch dann entsprechend erstmal die erste anlaufstelle wie überhaupt ist der volumen gewichtete durchschnitt und das heißt da ist eigentlich der markt jetzt im moment erst mal wäre er am ausgeglichensten ja und deswegen ist es halt schon plausibel dass wir da jetzt auch mal demnächst mal noch mal kurz hinlaufen aber ich brauche hier ein neues hoch weil das reicht natürlich nicht auch nicht um jetzt hier einfach long rein zu springen weil hat jetzt hier gerade nicht gekauft wird so die 30 minuten kerze hat noch zwei minuten wenn das bild sich so schließt da bin ich mal gespannt ob das noch großartig wirklich überhaupt in der ersten stunde dann nach oben geht weil das ist schon ziemlich ziemlich nach unten gedrückt gerade alles sondern das ist halt so ein bisschen das durch folgen meinte ja es kann nicht sein dass der sich hier unten einfach einpendelt ja und dann noch eine stunde dann rum steht und nachher fertig sind mit dem webinar und dann geht es dann halt doch auf deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig wenn man es halt dann nachhandelt auch gerade wenn man zeit skaliert macht so wie ich jetzt hier an der stelle wo dann wirklich positionsmanagement ja dann auch gefragt ist wo man einfach halt wirklich dranbleiben muss so jetzt bin ich mal gespannt also ob sich das jetzt bewahrheitet dann mit der 30 minuten kerze ob die jetzt hier die marsch richtung vorgibt und das heißt die müsste dann von hier aus jetzt tatsächlich direkt mehr oder weniger in einem rutsch dann komplett nochmal nach oben ziehen und dann würden wir zumindest wissen wo der takt halt liegt aber hier wird schon deutlich abgewiesen mal gucken was wirklich so bleibt und dann haben wir hier nämlich noch ein gap also die ist die dass der kasserschlusskurs von gestern und ein gap close nach unten ist halt so gar nicht bullisch eigentlich das heißt da müssen wir dann noch mal ein bisschen abwarten weil ich rechne eigentlich jetzt damit dass der auch hier durch geht ja das wird hier erst mal abgeschossen werden und die position erst mal raus ist weil das dass wir hier direkt eine reaktion haben ist sehr 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 selten weil es halt eben wie gesagt leider nicht wirklich bullisch ist also man hat das gäbe so nach unten schließt aber es natürlich trotzdem auch hat ein level wiederum wo interessen aufeinandertreffen das heißt hier sind wir eigentlich wieder bei 17 30 von gestern aber jetzt kriegen wir natürlich möglicherweise genau das wie mit den anderen kerzen auch wir haben hier auf 30 minuten sind wir jetzt rot das heißt da kriegen wir erstmal nach impuls nach unten wie weit der dann reicht werden wir halt sehen so dann würde ich aber hier trotzdem ich würde mich dann halt hier wenn er jetzt noch mal neues tief macht und ich fast rechne würde ich den aber hier erst auch mal ausstoppen lassen und dann hat versuchen unten noch mal hat irgendwo mich an anderer stelle einzukaufen und so jetzt gucke ich mal ob wir hier noch irgendwas nicht wirklich was vernünftiges da im unteren bereich haben hier ist noch halt die vortages fibo ja das bisschen sollte ich ihm natürlich jetzt schon geben die natürlich noch mal angelaufen werden könnte so sieht so ein bisschen aus als würde ich das ganze hier jetzt tatsächlich bis 10 uhr hinziehen bis wir hier mal irgendwie ein klares bild haben sind immer noch irgendwie von von den käufern immer noch sehr zurückhaltend hier ja passiert hat einfach nicht viel und verkaufsdruck ist immer noch größer das mal umzukehren bräuchten wir zumindest mal hat irgendwie eine fünf minuten kerze die man überboten wird und auch halt oberhalb schließt und dann hätten wir zumindest mal so ein bisschen mehr gegen wir hier oben trotzdem der long fand ich trotzdem nicht falsch bei mehr als indizien kann ich ja nicht handeln ja das heißt dass wir haben halt immer käufer gehabt es ging ja nicht runter gut im endeffekt dann halt doch aber das sind natürlich letzten endes einfach die sachen auf die man dann halt auch letzten endes guckt das heißt wenn man long ist will man nicht unbedingt dann halt auch neue tiefs sehen so und deswegen hier oben wie gesagt aber mit mit dynamischen risiko von daher für mich erstmal so weit okay ich muss noch ganz kurz mal unterbrechen ich habe irgendwie kratzen im hals bitte mein wasserglas ist nämlich leer ich muss mir ganz schnell irgendwie hier nachschub holen ich habe irgendwie tatsächlich so ein bisschen erkältung am anflug das wäre natürlich schlecht aber ich bin sofort wieder da du darfst gerne mal ein bisschen was erzählen ja mach das mal ich schaue gerade mal hier in den fragen also wegen value profile war tatsächlich die zeiteinheit da die die differenz reingebracht hat passt jetzt alles ansonsten wurde hier gefragt ob du mit echt geld oder mit demokonto handelst und da war noch eine frage ich ich lese das mal kurz vor und zwar dirk mich fragt der stereo trader bei jedem wechsel der zeiteinheit dass ich unter f7 das live trading aktivieren muss gibt es eine option dass das nicht immer fragt ja klar also muss einfach nur aber lass uns das lieber irgendwie gleich machen also wenn ich hier irgendwelche fenster aufklappen muss weil dann kann ich hier nicht mehr tätig werden was war die frage davor die habe ich nur zur hälfte mitbekommen achso ob das jetzt echt geld konnte ist oder demo denke mal da oben steht es so das andere kann man halt leicht umschalten klar also das ist kein problem zeige ich aber gleich ich muss hier gucken wie ich mit der was jetzt hier mit der position mache oder norbert hat recht gehabt wir waren ja tatsächlich hier bei 495 also nochmal hier dass das alte kaufler ich sag ja nächstes mal macht der norbert macht hier die die live session ja kam auch schon feedback deswegen das stoff gewinnt hat einer geschrieben ja es ist in ordnung das ist in ordnung ja es ist aber auch grundsätzlich vom bild her ist es ja alles okay ich meine wir haben hier nach wie vor keine neuen teams von daher klar und natürlich wenn das halt irgendwie tatsächlich erstmal weiter wieder oder zumindest mal auf der oberseite versucht werden soll dann versuchten dann werden natürlich halt auch entsprechend die käufer versuchen so günstig wie möglich rein zu kommen von daher ist es völlig okay wir haben es halt eben nur ganz oft dass dann direkt wenn so ein so ein punkt wie jetzt zum beispiel hier das value area low zum beispiel unter dem pivot liegt oder umgekehrt ja dass das halt dann oft eben als cluster funktioniert und das hat eben auch dazu gepasst hier an der stelle von daher naja ich muss das ja halt handeln weil beim letzten mal war es glaube ich echt auch so da war es irgendwie ein punkt drüber hat es dann gedreht und ist dann halt irgendwie 70 80 punkte nach Norden da ist dann natürlich auch ärgerlich und deswegen dann lieber so dann halt versuchen okay erstmal mit einer teilposition dann da halt rein und ja tiefer kaufen kann ich ja auch immer noch beziehungsweise den trade dann halt einfach nochmal machen aber meine güte die wohler ja das kann nicht wahr sein dass wir jetzt hier echt so ein geschiebe auf irgendwie eine strecke von vier punkten hier haben seit fünf minuten das ist natürlich echt unglaublich das ist natürlich für ein live trading gerade zur eröffnung wo ja normalerweise ein bisschen mehr los ist echt bisschen schade ja die märkte scheinen doch ein bisschen abwartend zu sein was dann heute noch passiert auch der dow jones macht jetzt auch nicht mehr so viel ja da sehe ich auch im hintergrund der steht auch nur noch irgendwie gerade rum das ist natürlich so ein bisschen schade das letzte mal war ja wirklich halt zum vorzeigen das ging ja wirklich rauf und runter richtig ordentlich aber hier habe ich ja nur noch das ist ja wirklich nur noch geschiebe kann natürlich auch sein dass wir jetzt hier tatsächlich mal irgendwie den pivot oder nochmal unten anlaufen das wäre dann zwar ein neues tief aber wenn dort dann halt nochmal der rücklauf kommt hier über die 493 wäre selbst das noch okay nur wären wir das halt hier in dieser session dann eher nicht mehr mitbekommen weil das wird dann würde dann ein bisschen zu lange dauern aber in deine facebook gruppe sicherlich ja ja klar sicher da dann halt schon vorausgesetzt ich hänge dich wieder in telefonaten fest und mit anderen dingen da beschäftigt so das ist eigentlich so eine kerze also eigentlich fehlt mir hier echt noch so auch wenn ich jetzt hier long bin und mir das nicht unbedingt wünsche an der stelle aber eigentlich fehlt halt wirklich so eine kerze die dann so aussieht so ah jetzt geht es runter und das sind eigentlich immer so die besten einstiege dann so wenn es so aussieht dass man anfangen muss zu denken und wenn es so offensichtlich ist dass es eigentlich gar nicht mehr anders kann und dann geht es genau nämlich andersrum und deswegen fand ich jetzt diese kerze hier zumindest schon mal eigentlich recht spannend ja auch wenn es nur auf einer minute ist aber die schließt halt einfach hier unten und sowas natürlich hat auch gerne mal eine Einladung nach oben einfach weg zu kaufen aber wir haben keine käufer hier es ist halt einfach ein trauerspiel ein trauerspiel aber verkäufer haben wir auch nicht großartig also wenn hier jetzt auch zum beispiel wenn wir dann halt jetzt nochmal eine reaktion da unten bekommen sollten dann nicht unbedingt weil halt hier irgendwie alle in panik verfallen sondern eigentlich eher weil dann irgendjemand hier tief einkaufen will und das hat einfach eine größere order bedient werden muss also halte ich alles für wesentlich plausibler als dass der hier einfach so runterfällt irgendwie glaube ich das nicht weil halt auch gestern hier also zum beispiel dieses level die 561 auch nicht mehr erreicht ja einfach nur so knapp davor gedreht und das ist oft ganz ganz oft eben dann auch so dass wenn halt vor so einem level knapp gedreht wird es beim nächsten anlauf dann wirklich in einem rutsch dann auch dann da durch geht und dann nichts mehr hält deswegen versuche ich halt hier da auch eher in die richtung rein zu kommen weil ich glaube nach wie vor dass das halt für heute die interessantere richtung werden dürfte so jetzt bin ich hier erstmal raus so jetzt gucke ich mal ob das da unten tatsächlich sich bewahrheitet hier mit dem mit dem pivot an der stelle gucken vielleicht liegt da das interessante der paket so hier in den impuls auf gar keinen fall ist irgendwie halt da irgendwie aktiv werden und reinkaufen sondern auf jeden fall erstmal abwarten weil das simpelste wäre natürlich hier aber der markt läuft ja meistens nicht simpel das war halt hier ja nachdem hier kein neues hoch war also beziehungsweise hier die 561 nicht mehr erreicht und dann hat hier auch kein neues hoch das wäre natürlich das einfachste ja hier nochmal irgendwie den trend einfach fortzusetzen und darunter zu fallen so dass wir natürlich rein von von dem bild her klar wäre das am schon irgendwo am schlüssigsten aber es ist halt einfach ungewöhnlich ja dass wir halt einfach dass wir so ein hohes hoch haben dann hier unten fast nichts mehr dann halt passiert extrem ungewöhnlich vom bild her so jetzt gucke ich mal wie jetzt hier mit umgeht die ist natürlich jetzt schon ganz schön lang hier die kerze die fünf minuten kerze und jetzt hier nochmal einen rücklauf bekommen dann wäre das natürlich das interessantere level an der stelle 949 haben wir ab wann oder wo würdest du auf short drehen für dich ich würde auf short drehen also wenn die stunden kerze so schließt ja dann auf short drehen an der stelle nicht aber dann würde ich erstmal wahrscheinlich die finger von long lassen also wenn jetzt hier wirklich wenn die stunde wirklich hier drunter schließen sollte ja also gut es ist von gestern abend hier das tief ist gar nicht mal overnight das heißt von 18 uhr müsste das gewesen sein beziehungsweise 20 uhr das heißt wenn wir da drunter schließen dann würde ich die finger von long lassen da würde ich unbedingt dann da halt auch short gehen an der stelle aber das muss er erstmal hinkriegen ja und weil wir haben noch 20 minuten da kann noch viel passieren so ich mach mal nochmal auf hier an der stelle auch nochmal erst mit einer teilposition weil zumindest scheint ja hier mal ja das ist zwar ein kleines neues tief beziehungsweise mach den hier auch mal nochmal auf 15 wie eben so dass wir hier nicht direkt und würde den wenn halt hier jetzt auch noch mehr nach oben passieren sollte und dann auch direkt skalieren sondern wenn natürlich die nächste anlaufstelle wäre dann hier oben der letzte support an der stelle da wo wir waren wo jetzt hier kasserschluss von gestern aber das hat eben das was vorhin gemeint habe so ein ein gap close nach unten ist einfach nicht bullisch ne beziehungsweise hält eigentlich so gut wie nie und deswegen habe ich auch damit gerechnet dass das nicht funktioniert aber hier das bisschen luft das war okay und weil falls da hier einfach nur so einen punkt runter gegangen wären dann doch nochmal zumindest einen letzten reaktionspunkt hätte ich mich da wegen einem punkt nicht ausstoppen lassen müssen also ist es jetzt dann aber halt so und aber trotzdem war das in ordnung und richtig und wichtig und ich glaube das hat man jetzt ja auch gesehen war ja halt eben auch nicht einfach da mit allem drin zu bleiben ja also auch wenn ich die position da skaliert habe sondern dann zu sagen okay lieber mal das risiko raus und abwarten ist viel gesünder weil man stellt sich mal vor ich wäre jetzt halt hier komplett drin gewesen hätte jetzt doch jetzt hier unten liegen dann wird das aber ganz anders aussehen hier an der stelle so und hier die punkte sollte man natürlich jetzt auch nicht großartig überbewerten das gilt natürlich dann auch immer nur für die Teilposition so jetzt mal gucken jetzt kriegen wir hier ein bisschen Gegenwehr an der Stelle also bei eins ist ja klar ich meine es kann ja nicht immer alles aufgehen das ist ja logisch also jeder Ansatz jede Strategie braucht ihre Verlierer und eine Strategie die immer nur Gewinn macht ist wahrscheinlich Martin Gale und die macht wahrscheinlich nur dann einmal einen Verlust und dann ist aber auch alles weg ja und deswegen es ist ja auch natürlich wenn es immer schöner ist im Live-Trading-Webinar die fetten Gewinne einzufahren aber es ist auch ganz wichtig zu zeigen wie man halt mit Trades umgeht die nicht funktionieren weil irgendwie Gewinne präsentieren wenn sie dann da waren kann jeder aber halt eben der Umgang mit den Verlusten das ist ja eigentlich auch das was uns letzten Endes oder was letzten Endes darüber entscheidet ob man halt irgendwie in dem Markt überlebt oder nicht und nicht die Gewinn-Trades von daher also ich finde das mir macht das ja halt auch nichts aus ja ich glaube das merkt man aber auch also weil ich bin da halt immer relativ schmerzfrei und es gibt auch Tage wo dann halt eben auch gar nichts funktioniert ist zwar sehr selten aber kommt halt auch vor und da muss man es dann halt einfach auch mal muss man in der Lage sein das auch einfach mal sein zu lassen und solange ansonsten halt überwiegend eben eine Strategie aufgeht spricht da überhaupt nichts dagegen da halt auch an dem Markt dran zu bleiben so ich würde mit denen hier so auf halber Strecke auch nochmal dazu tun also hier mitten in die Kerze eigentlich rein weil das erste Angriffsziel ist jetzt hier erstmal nur diese letzte Minutenkerze die letzte Abwärtsbewegung jetzt hier die nächste 50 Minuten Kerze wird fertig jetzt kriegen wir auch hier ein bisschen Gegenbewegung der kann auch jetzt natürlich nochmal hier runter vom Timing vielleicht nicht so klug die da oben hinzulegen so ne deswegen weil wir jetzt hier nochmal den gleichen Effekt haben nämlich mit dem Nachimpuls so ich würde den aber jetzt wieder hinlegen so das heißt weil wir jetzt hier die letzte 15 Minuten Kerze haben die Stunde wird jetzt auch fertig und jetzt muss der Markt sich hier jetzt erstmal auch langsam in Richtung entscheiden wenn wir jetzt hier wirklich nochmal hier unten durchfallen sollten meine Güte dann ist halt eben heute mal ein Webinar gewesen mit Zweifel und Straits und das ist halt auch glaube ich verschmerzbar wenn auch nicht so schön aber passt der trotzdem benutzt du die Moneylines im DAX wird hier gefragt tatsächlich echt so mehr oder weniger gar nicht mehr im Moment also zumal wir halt auch hier beim DAX ist das Problem dass jetzt einfach nur noch seitwärts ist und das hat wirklich also wenn man die einschaltet ja also hier ist jetzt auch gerade einer und das heißt das ist ein Punkt der ist auf 400 Tage gerechnet und hat dort halt immer wieder für Reaktionen gesorgt also hier würde es jetzt tatsächlich schon noch gehen aber der ist halt so viel seitwärts gewesen dass man halt einfach ja nicht mehr allzu viel Verlässlichkeit dann da auch hat wo sind die Bullen das ist unglaublich wo sind die Käufer auch hier wieder kaum Gegenreaktionen jetzt erstmal eine Kerze steht hier jetzt mal im Raum so so den auch nicht direkt oben drüber das ist dann noch ein bisschen mit Abstand ich muss mal ganz kurz hier auf meinem anderen Monitor gucken wie sich da das Bild darstellt also er wird so wie ich das halt hier sehe wird es jetzt darum gehen halt hier tatsächlich den letzten Support den wir halt hier hatten zu unterbieten also beziehungsweise halt ich tippe mal dass wir einen Stundenschluss bekommen der sich irgendwo da oben abspielt also jetzt in 10 Minuten ja weil es halt einfach halt hier der der letzte Support der gestern gewesen ist an der Stelle und ganz oft ist es eben so dass halt also wenn man das jetzt zum Beispiel hier auf auf Stunde betrachtet dass das halt eben auch tatsächlich in den letzten Minuten ja dann auch entschieden wird und von daher also damit rechne ich jetzt schon noch ich sehe das hier gerade gar nicht richtig das Tief Moment ich muss mal ach jetzt kommt er nicht nochmal runter nochmal ganz kurz wegbewegen hier wo hier so sehen wo hier das Low ist oder beziehungsweise ich warte jetzt mal kurz mal kurz gucken hier wo haben wir das denn das ist bei 462 das wäre hier okay beziehungsweise ich zeichne das mal lieber ein da ist das letzte Low hier in dem Anstieg das heißt da sind wir jetzt einmal ganz unten sozusagen und eigentlich gehört der Stop hierher aber trotzdem ich halte den mal hier in der Nähe aber lieber würde ich es dann machen wie vorher dass ich halt hier nochmal ein Teil auflöse und dann unten nochmal ein Teil reingehe also vom Prinzip her dann halt eher so und so ja damit habe ich quasi einen dynamischen Stop-Loss also wenn er das halt so unbedingt machen will und hier unten nochmal tatsächlich dieses Tief nochmal antesten wollte dann ist es so ranzugehen glaube ich nicht so wirklich verkehrt also dann habe ich quasi einen Stop-Loss wenn man so möchte so ein bisschen gegen wir haben jetzt halt hier auch nochmal keine neuen Tiefs jetzt mal gucken wie weit wir kommen wie gesagt 493 wäre für meine Begriffe jetzt die erste Anlaufstelle das sind noch 13 Punkte die 5-Minuten-Kerze die 5-Minuten-Kerze ist hier gleich fertig gucken wir dann mal Impuls bekommen dann auch das sind bis jetzt hier auch nur grad mal 10 Punkte aufwärts bewegen ist natürlich auch nicht wahnsinnig viel Wann gibt es da Wann gibt es da News zu dem Thema was du vorhin angesprochen hast Nelson die Midterm Elections ja ja die findet ja jetzt den ganzen Tag statt also wenn die gleich aufstehen alle dann geht es los und ich denke mal heute Abend oder in der Nacht wenn wir da die ersten Ergebnisse bekommen Achso die Elections alles klar okay ich habe vorhin was ganz anderes verstanden das habe ich gar nicht auf dem Schirm ob das tatsächlich hier jetzt schon rein spielt beim DAX in die Uhrzeit wurde ja auch schon gestern von vielen Medien auch für die Seitwärtsbewegung mit DAX mehr oder weniger als Begründung genommen ja nachher wissen sie es immer alle das ist immer gut ich kann euch morgen auch erklären warum heute hier gegen mich gelaufen ist das ist halt immer naja ja Wann ja verschiedene Szenarien gespielt was gut für die Märkte ist und was nicht und deswegen ist das jetzt gerade ein aktuelles Thema was viel diskutiert wird ja hier ist noch eine Frage ob du Overnight Kurse beachtest und ob man sie im Stailtrade ausblenden kann man kann sie mit dem X-Frame Addon ausblenden also das heißt hier kann ich eine Uhrzeit angeben also ich achte eigentlich nicht drauf also nicht wirklich ich meine sie werden halt eingezeichnet sie sind natürlich fallen einem schon halt ins Auge aber wirklich darauf achten tue ich eigentlich nicht also beziehungsweise ich berücksichtige sie nicht bei der Beurteilung jetzt ob jetzt irgendein Punkt schon erreicht wurde oder nicht das spielt bei mir Overnight eigentlich keine Rolle also 6.1 bin ich mal gespannt ob das tatsächlich jetzt auch noch kommen muss ja der Lutz schreibt auch hier falls die Information wichtig für den einen oder anderen ist bis 6 Uhr morgen früh im Hawaii wird gewählt ja ok ja das sind immer die letzten die Hawaiianer die mit der meisten Sonne sind die immer am längsten schlafen tja ja 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 auf jeden Fall ist ein ganz schön nerviges gedrücke hier an der Stelle aber was nicht ist kann ja noch werden aber also generell halt von der Wohler was haben wir jetzt hier irgendwie ja gut doch 60 Punkte ja gut es ist nicht so wenig für die Eröffnung das ist natürlich schon wahr nur halt die Reaktionen hier dass auch keine Shorts aufgelöst werden und so weiter weil klar wenn wir jetzt natürlich halt hochgehen also Long ist eigentlich jetzt also wenn wir jetzt hier nicht wirklich einen Squeeze kriegen der bis ganz oben hin läuft ja ist Long natürlich jetzt erstmal hier würde ich sagen tabu aber natürlich mit Vorsicht zu genießen weil wir halt hier einfach es kommen halt keine Käufer hier in den Markt und aber es sollte zumindest mal so sein dass halt irgendwann auch mal Short-Positionen glatt gestellt werden das sieht dann zwar aus als würde massiv gekauft werden also ich meine ist ja auch irgendwo der Fall aber nicht um sich Long einzudecken sondern nur um Short aufzulösen und später dann halt wieder rein zu gehen aber nicht mal das passiert ja hier gerade sondern hier steht ja wirklich alles so ein bisschen still was macht denn der Dow hier nebenbei ok steht still mehr oder weniger das glaube ich Gold bewegt sich tatsächlich ja ein bisschen aber auch nur ne also ich sehe es halt jetzt hier nur am Kurs ich habe den Chart nicht auf aber am Kurs sehe ich halt dass sich das aber auch schon in Grenzen hält aber das hier ist auf jeden Fall schon naja so mal gucken die Stundenkerze wird jetzt fertig dann laufen wir jetzt ja wohl mal wenigstens da oben auf die 9,3 das sollten wir jetzt ja wohl mal hinkriegen dass zumindest hier mal ein paar Positionen glattgestellt werden so hier bin ich jetzt auch erstmal mit der gewünschten Gesamtsize jetzt erstmal drin und jetzt aber halt auch nochmal trotzdem muss man natürlich im Auge behalten wie wird man die wieder los wenn es nicht funktioniert weil wie wie man sie los sieht wenn es funktioniert ist nicht so schwer beziehungsweise klar muss natürlich auch durchdacht werden aber umgekehrt genauso hier unten war ja noch dieser eine Stop also ein Teil Stop das war ja auch soweit ok und aber muss man natürlich dann jetzt halt auch umgekehrt nochmal genauso das heißt ich würde hier noch einen dann schon versuchen halt hier auch nochmal loszuwerden wenn es denn dann runter kommen sollte ja und das ist halt eben das was ich vorhin meinte mein Risiko ist halt einfach dynamisch an der Stelle ich bin halt hier nicht irgendwie mit einem festen CAV halt drin sondern es schwankt ja letzten Endes dann auch die ganze Zeit so noch vier Minuten Hallo Dirk, wann verwendest du TA12 und PLH Peak? also TH12 wie jetzt hier eingestellt wäre jetzt hier wahrscheinlich sogar noch überdimensioniert das kommt auf die Volatilität an also wenn es halt wirklich ordentlich rauf und runter geht dann reicht TH12 nicht also TH12 heißt ja der macht ja im Durchschnitt auf 12 Ticks und also generell sowieso nur zum Skypen oder ganz schnelle Ausbrüche also was ja letzten Endes Skyping halt ist und da nehme ich halt die TA-Trails und PLH Peak eigentlich nur auf 15 Minuten und wesentlich lieber nehme ich mittlerweile halt hier den den Pryax auch auf einer Minute weil der halt letzten Endes Außenstäbe verfolgen kann und das vor allen Dingen zum Beispiel im DAO wirklich gute Ergebnisse bringt selbst auf einer Minute und im Gold haben schon diverse User berichtet kriegt man damit tatsächlich auch kleine Weltreisen hin also weil halt sich der Markt da recht gut dran hält aber hier für kleine Strecken auch da also auf jeden Fall bin ich eigentlich eher dann im Pryax da halt unterwegs Pryax heißt einfach nur Price Action Kontext also das was ich halt immer auch in den Webinaren beschreibe also das hier ist jetzt unser Kontext sind jetzt natürlich leider so ein bisschen auf der falschen Seite das heißt aber hier oben zum Beispiel halt weil das ja ein Außenstab ist einfach auf 5 Minuten das heißt wenn wir hier einen Rücklauf kriegen mit der nicht ohne weiteres zum Beispiel da oben drüber schließen und das ist eben halt auch das worauf der Trading Stop halt ansetzt wäre man jetzt Short würde nämlich jetzt der Stop Loss genau hier oben dann halt liegen und das wäre auch insofern dann ja auch genau richtig ja also wenn auf wenn man auf 5 Minuten halt den Pryax eingestellt hätte dann wäre es halt so klar so aber wie gesagt auf eine Minute kann man das durchaus auch machen und nicht zwangsläufig nur auf 5 Minuten oder auf einer Stunde aber klar je höher der Timeframe umso verlässlicher ist es eigentlich und deswegen ich verwende den halt tatsächlich mittlerweile wirklich gerne so kriegen wir jetzt noch eine Bewegung oder bleibt das jetzt hier tatsächlich unten stehen bis um 10 Uhr da passiert echt nicht viel leider Gottes so das allerletzte was ich natürlich jetzt hier brauche ist dass wir halt hier jetzt zum Abschluss von der Stunde eine Bewegung nach unten bekommen also die brauche ich jetzt natürlich am allerwenigsten kann aber dann trotzdem auch passieren deswegen hier unten alles auf Standby jetzt kann man natürlich sagen ja hätte man ja Short gehen können bei irgendwie 9 Uhr aber nachher ist man immer schlauer aber ich würde jetzt zumindest auf diesem Level hier eigentlich nicht Short gehen also das ist für meine Begriffe kein Level zum Shorten auch wenn wir hier das Low da so ein bisschen jetzt unterboten haben an der Stelle aber Moment passiert der da auf der Unterseite erstmal nicht allzu viel aber so schließt tatsächlich die Stundenkerze das ist echt so mal gucken hier wo sind wir also wir schließen nicht unter dem Tief aber knapp drüber und die Käufer sind mehr als zurückhaltend hier an der Stelle so das heißt wir haben jetzt auch dann auch einen also das eigentlich ist der Trigger für Short damit jetzt erstmal gelegt weil wir haben halt hier einen Stundenschluss unter dem alten Support und das heißt viel weiter da sollte das nach oben auch gar nicht gehen von hier aus aber das sollten wir schon noch trotzdem erreichen dauert zwar jetzt dann alles ein bisschen länger und dann haben wir halt hier das was ich eigentlich ein paar Etagen höher wollte dann hätten wir hier schon direkt die mögliche Paritätsumkehr das heißt hier wird ein alter Support würde jetzt hier zum Widerstand voraussetzt wir laufen jetzt auch überhaupt mal da hoch und dann wird man das auch höchstwahrscheinlich sehen und das deckt sich natürlich dann jetzt hier auch so mit einigem anderen nämlich einmal hier die lange Kerze also der Kontext den wir hier auf 5 Minuten haben dann das Value Area Low Intraday was hier unten jetzt liegt der Kasserschluss von gestern der hier liegt und meinetwegen hier halt auch noch sogar die FIBO und das heißt an der Stelle sollte eigentlich jetzt mit wenn Käufer kommen früher oder später auch wieder Schluss sein das heißt es kann natürlich schon sein dass der einmal kurz hier drüber nochmal geht ja und aber ich tippe mal eher dass wir halt hier zum Beispiel auf 5 Minuten als erstes in dem Bereich dann aber auch nochmal schließen werden und nicht einfach da oben drüber glaube ich nicht so aber das ist jetzt diese Bewegung die ist natürlich jetzt auch Intraday schon korrektiv an der Stelle das heißt hier muss man jetzt wirklich gucken wie man damit umgeht also dass ich jetzt hier noch da oben auf die 5.6.1 will das Thema ist für mich jetzt natürlich erstmal vom Tisch ja und ich gucke jetzt einfach nur wie weit läuft meine Korrektur hier an der Stelle und ich versuche da halt eigentlich einfach so gut wie möglich raus zu kommen und den Trade dann auch zu beenden weil wie gesagt der wird nach aller Wahrscheinlichkeit nicht arg weit kommen so aber den Punkt haben wir jetzt hier zumindest schon mal so jetzt kann man schon mal ein Teil hier auflösen so jetzt mal gucken wie weit das Ganze noch kommt hier haben wir jetzt natürlich die Reaktion weil wir sind jetzt hier im Kontext und sind auch hier in der Intraday Value Area jetzt drin so die hier unten mache ich mal weg so jetzt haben wir übrigens mal ein bisschen was zu tun stell den Rest mal hier irgendwie auf breakeven so und wie man sieht ja jetzt einfach mal vom Ergebnis her wenn man das halt so macht jetzt mit bisschen Geduld und Skalierung rein und raus skalieren wir sind eigentlich schon wieder auf Null also das heißt das was halt vorhin halt nicht funktioniert hat obwohl der Markt short ist und aber wenn ich es jetzt hier klar stelle haben wir dann ganz 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 kleines Minus und von daher man kann ja nicht immer richtig liegen man kann aber gucken dass man richtig damit umgeht und das ist ein kleiner Unterschied so ich würde es halt versuchen dass wir halt hier oben das heißt ich würde es versuchen ja ich gucke mir das an ob wir hier oben den Punkt nochmal der muss natürlich weg hier ob wir den Punkt nochmal kriegen das heißt das ist der Bebop hier wo der Markt jetzt erstmal am ausgeglichensten wäre das wäre dann auf jeden Fall spätestens mein Exit ich bin aber sowieso schon jetzt hier mit über der Hälfte raus hier oben würde ich auch nicht lange fackeln sondern schmeiß da halt den Trading Stop an wenn er da oben hinkommt und auch wenn der dann halt hier hoch squeeze wenn er das machen sollte sind wir eh drin ansonsten bin ich hier dann erstmal raus an der Stelle so aber vorhin habe ich ja gesagt ich glaube nicht dass die 5 Minuten Kerze hier oberhalb schließt sondern schon eher irgendwo in dem Bereich unterhalb das sieht man jetzt ja auch gerade das scheint ja auch so zu kommen 30 Sekunden hat sie noch und das liegt einfach daran dass wir halt hier diesen Kontext halt hier gebildet haben und eben natürlich auch entsprechend wie ich das ja gerade gezeigt habe hier ein paar Argumente an der Stelle halt haben also hier einmal den Kassenschluss die Intraday Value Area und so weiter und so fort also es passt genau und das ist halt eben Price Action auch vor dem Hintergrund her sieht man jetzt schön genau da haben wir geschlossen drunter passt so aber nichtsdestotrotz wir haben eine grüne Kerze wir haben Käufer im Markt und deswegen ist es auch schon in Ordnung wenn er jetzt hier nochmal nachlegt wichtig ist aber nur dass wir jetzt hier auch recht schnell ein neues hoch bekommen ansonsten ist es dann eher sinnvoll aus der Position dann so auszusteigen so aber ich finde es eigentlich ganz gut wie das hier läuft ja also das halt nicht eben so nach dem Motto ah wenn ich long gehe geht der long sondern dass es halt tatsächlich dann halt hier auch mal ordentlich gegen mich gelaufen ist und ich vielleicht auch mal ein bisschen zeigen kann wie wie man mit sowas umgeht weil auch ich habe nicht immer recht es wäre schön wenn ich es immer wüsste jeden Tag aber das ist natürlich Quatsch und aber das ist halt für mich finde ich halt oder auch wahrscheinlich für jeden das ist halt viel 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 wichtiger wie geht man damit um wenn es nicht passt und entweder klar ich meine die klassische Herangehensweise ist ja die man setzt irgendwo einen Stop Loss und sagt gut das war's ich gehe jetzt Kaffee trinken oder sonst irgendwas aber man kann ja halt eben auch managen und auch hier hat man eben ja auch gesehen und ich habe auch zum Thema Skalierung das kann ich gleich mal nochmal zeigen habe ich ja auch mal ein Beispiel gemacht auf meiner Seite in meinem Blog wie man Position skalieren kann also die ist natürlich dann aber halt ins Gewinn gelaufen die hat eben nicht ja aber das spielt ja keine Rolle wichtig ist einfach nur dass man dann aber auch skaliert und nicht einfach nur verbilligt das ist eben der riesen Unterschied ja und dass man einfach nicht irgendwo permanent nur nachkaufen zugucken denkt ach das wird schon und dann am besten noch irgendeinen Raum verlässt und dann kommt man zurück und das Konto steht fast bei null und das ist natürlich wie man es nicht macht ganz klar aber genau das ist aber eben der riesen Vorteil halt auch von CFD ist dass man die Position ja hier in beliebiger Stückgröße ja fast auch verwenden kann und das er auch nutzen kann um eben wie hier wie ich es hier vorhin gemacht habe dann zum Beispiel da war das hier Partial Exit Long steht dran das heißt wo ich dann halt einfach mal im Teil da halt aufgelöst habe und das kann man dann auch entsprechend auch nutzen beziehungsweise sollte man dann auch nutzen weil den Vorteil haben wir ja so wie man sieht also geht jetzt hier an der Stelle dann gibt es ein bisschen Gegenwind beziehungsweise halt hier versuchen jetzt halt einfach die die Käufer in den Markt beziehungsweise in die Value Area nochmal rein zu kaufen und halt recht präzise auch an dem Punkt ist auch jetzt gerade die FIBO passt natürlich zusammen klar keine Frage und auch eben unter dem Gap von gestern das heißt hier entscheidet sich jetzt aus Kassasicht ja ob wir in den Longmark bekommen oder nicht weil halt einfach hier gestern Schluss war das wird aber auch nicht so sein dass wir jetzt halt hier um 11 Uhr da oben stehen ja da bin ich mehr da will ich sonst was drauf wenden das ist nicht der Fall ist es kann aber trotzdem sein dass jetzt halt innerhalb von ein paar Stunden dann doch hier irgendwo etabliert ja das heißt oberhalb vom Kassaschluss oberhalb auch von dem Value Area Low von gestern und das was wir jetzt hier sehen einfach zurückgekauft und wir dann immer noch nach oben rauswandern nur sicherlich oder fast sicher muss immer vorsichtig sein mit Begriffen wie sicher aber nach aller Wahrscheinlichkeit nicht jetzt innerhalb der nächsten Stunde also das ist sehr sehr unwahrscheinlich so wir kriegen aber hier werden hier erstmal abgewiesen an der Stelle und jetzt kann es natürlich passieren dass wir direkt nochmal hier unten zum Low laufen ich gucke mir jetzt aber hier diese Minute noch an und also auch wenn ich jetzt hier nur noch irgendwie mit bisschen mehr als der Hälfte nicht mal mehr mit der Hälfte drin bin aber wir haben jetzt halt hier um das auch mal ganz kurz noch zu zeigen beziehungsweise zu erklären was wir hier im 5-Minuten-Chart haben also dieser Kontext dieser Außenstab ist natürlich hier auf einer Minute das Gleiche ja auch wenn man das jetzt hier nicht so genau sieht aber wir haben hier einen Außenstab auf einer Minute das heißt das was der auf 5 Minuten macht macht der auf einer Minute und entsprechend dürfte dieses Level zum Beispiel halt auch nochmal gekauft werden ja weil halt hier einfach hier waren ja auch für heute das die größte Aufwärtsbewegung die wir heute überhaupt hatten das heißt hier unten hat entweder irgendjemand Short aufgelöst oder massiv Long zugeschlagen aber auf jeden Fall hier hat jemand gesessen der auf jeden Fall Lust hatte den DAX zu kaufen und jetzt werden wir mal gucken ob der immer noch da ist und wenn dem so ist dann kriegen wir hier jetzt auch nochmal eine Reaktion die ab genau da auch nochmal nach oben ein Stück weit gehen sollte wenn es nur Short Auflösung war dann wird dann nichts mehr kommen wenn da aber halt tatsächlich Kaufinteresse war dort war an der Stelle und sich hier jemand eindeckt und dann sollte die Kerze da haben wir noch 20 Sekunden dann sollte die aber auch hier oben nochmal schließen tut sie es nicht gehe ich raus ja dann ist der Trade erstmal beendet weil das muss natürlich kommen weil wenn das aber wie gesagt nur eine Einmalsache war also entsprechend wenn jemand gesagt hat okay ich bin raus aus Short erstmal dann war das eine einmalige Geschichte wenn aber darauf jemand gewartet hat und dann wird wahrscheinlich dieses Level auch genutzt werden um nochmal höher zu kommen also wir sehen wir haben ein bisschen Reaktion hier aber nicht allzu viel deswegen geht mein Stop jetzt erstmal hier her und ein neues Tief brauche ich jetzt nicht unbedingt und entweder kommt da jetzt nochmal was oder ich bin dann jetzt hier erstmal flat dann gehen wir zwar hier mit einem kleinen Minus raus aber vielleicht doch mit der einen oder anderen Erkenntnis ich bin mal gespannt also halber Punkt ist natürlich jetzt Quatsch hier haben wir noch ein kleines Gap sehe ich gerade das ist nicht viel aber ein bisschen was ja das ist minimal ja da war ein bisschen Übermotivation da ich setze hier mal ein bisschen unterhalb vom Gap hier aber was man jetzt halt ja schon trotzdem ganz gut sieht ist halt hier irgendwas ist hier ne also wird mit ein bisschen Vorsicht hier wird dieses Level halt jetzt gehandelt weil klar es ist ein Ausbruchslevel hier auf eine Minute es ist der letzte Widerstand aber trotzdem kommt da nicht viel hinterher okay so gut dann bin ich jetzt erstmal flat hier mit einem kleinen Minus aber ich glaube dafür dass der Markt hier so brutal gegen meine Richtung gelaufen ist ist es trotzdem erstmal okay also Intraday muss ja hier einschalten da sieht man es ja dann ja genau also hier das war der erste und das entsprechend der zweite das passt das ist schon okay gut so wie gesagt kann nicht immer alles hundertprozentig funktionieren dafür war es beim letzten Mal deutlich mehr in die andere Richtung und aber jetzt haben wir zumindest mal halt hier irgendwie auch finde ich eine weitere Indizienlage halt für den Folgetag das hier hat ja funktioniert also das heißt wo ich ja gesagt habe darüber wird die 5 Minuten Kerze nicht schließen da wird natürlich jetzt der eine oder andere auch sagen ja warum wir sind da nicht short gegangen ganz einfach nur weil die da nicht schließt ja heißt es nicht dass die nicht trotzdem irgendwie 30 40 Punkte drüber zieht und dann halt nochmal runter kommt und hier ist das Level hier unten viel zu tief um um short zu gehen weil wird vielleicht der eine oder andere auch bestätigen können auf tiefem Level weiterverkaufen ist wirklich eine Sache die ist halt brandgefährlich ja also ich meine wenn Panik im Markt ist es natürlich nicht so das Problem dann kann man das machen aber wie hier wo einfach die Lage unklar ist kann es einfach fürchterlich ins Auge gehen weil wenn hier tatsächlich short nachhaltig mehr aufgelöst würde ich mache jetzt mal hier weil ich den ja schon nochmal nach Hause bringen will ich mache hier nochmal einen kleinen auf wenn also hier short nachhaltig aufgelöst würde und dann kann natürlich einfach ein riesen Squeeze dann halt auch entstehen an der Stelle und es kann wesentlich weiter laufen als man halt denkt ja und von daher ist short am low immer wirklich eine Sache für sich und deswegen wäre das hier auf gar keinen Fall ist das ein Verkaufslevel auch wenn wir jetzt hier im Stundenchart darunter geschlossen haben wenn ich da short suche ja jetzt hier unterhalb von der 9.3 also 4.9.3 die kann ich hier auch mal einzeichnen ja ist ja schon passt doch um einen Punkt verschoben ist okay hier wird es ja auch angezeigt unterhalb der 4.9.3 auch wenn wir da jetzt einen Stundenbeschluss darunter haben dann würde ich mir wenn ich das jetzt zum Beispiel für die nächsten wenn ich jetzt sage okay ich versuche die nächste Stundenkerze auch in rot beziehungsweise halt bei mir hier in schwarz nach unten zu handeln dann suche ich mir mal lieber ein Level das irgendwie doch mindestens mal ein paar Punkte weiter in der Kerze drin ist als jetzt hier das heißt also wir hier wäre dann halt einfach ein schlüssiger Punkt die Pivots habe ich hier ausgeblendet das war jetzt auch hier nur der Main Pivot von der Stunde was zum Beispiel ein guter Anlaufpunkt wäre wäre halt zumindest schon mal hier oben das R1 das wäre bei 520 wären wir dann tatsächlich wieder das wäre halt auch wieder ein Versuch hier in die Value Area reinzukommen das heißt wenn ich nochmal short ansetze dann irgendwo in dem oberen Bereich zumal wie halt hier halt auch sieht man jetzt hier nur nicht gut weil ich keinen Zickzack drin habe aber eine Bewegung haben wir hier ein Tief Korrektur hoch nächstes Tief Korrektur hoch nächstes Tief Korrektur hoch und das heißt irgendwo dann halt auch hier mit einem von den Korrektur hoch würde ich halt schon versuchen das da halt zusammen zu bekommen und nicht hier unten das ist meistens teuer so okay also wie gesagt ich habe die jetzt hier nochmal aufgemacht würde versuchen auch wenn ich das jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr zu Ende führen kann würde versuchen hier oben raus zu kommen jetzt erstmal auch an der Stelle oberhalb der 500 beziehungsweise das matcht halt schon ja also hier wird das halte ich schon für plausibel dass wir da jetzt doch relativ schnell hinlaufen weil A hier wie gesagt ist halt einfach das ganze am ausgeglichensten vielleicht mache ich den jetzt hier wirklich noch zu Ende am ausgeglichensten einfach ist hier der Markt und hier ist auch aus volumentechnischer Sicht eben das Low von gestern und wir sind hier simpel ausgedrückt zu billig und deswegen ist das schon ein Anlauflevel was wir eigentlich schon nochmal sehen sollten auch wenn wir jetzt hier schwarz sind aber bis die nächste Stundenkerze fertig ist ist ja auch noch ein bisschen noch ein bisschen Zeit hin und erfahrungsgemäß wie gesagt ist es halt eben günstiger lieber unten zu kaufen als irgendwo oben und von daher bin ich da jetzt halt auch eigentlich relativ entspannt was jetzt halt diese den Trade beziehungsweise die Position hier halt angeht könnte man natürlich auch als Verbissenheit deklarieren ich behaupte aber es ist halt so nicht weil halt wenn es jetzt irgendwie kurz vor 11 wäre und wir wären hier dabei die nächste Stundenkerze nochmal fertig zu zeichnen okay da würde ich sagen besser nicht aber wir sind jetzt hier einfach nur haben die neue Stunde gerade erst angefangen und jetzt geht es halt mal darum herauszufinden wie weit werden wir das korrigieren und ich behaupte das halt hier wirklich mit mit Long an der Stelle jetzt zumindest mal halt die nächsten 30 Minuten wahrscheinlich ein bisschen mehr zu reißen ist als mit Short weil zumal auch das hier was ich vorhin gesagt habe ja wenn hier unten wirklich jemand gekauft hat und dann wird der nochmal zuschlagen ist jetzt zwar nur ich bin ja minimal auch nur ausgestoppt worden natürlich ein bisschen ärgerlich halt hier wegen nur zwei Punkten aber okay hat hier unten geschlossen wurde aber sofort wieder gekauft dieses Level ja wo hier auch dieses Gap war und versucht jetzt nochmal neue hoch zu machen und steht jetzt auch in in der Value Area von heute also von daher ist es rein auch von der Betrachtung her für meine Begriffe völlig in Ordnung und weil offenbar ist halt hier irgendwo ein Kaufinteresse da auch wenn wir halt hier natürlich von der Volatilität mehr als überschaubar sind aber trotzdem hier sind ein paar Käufer mit dazu gesprungen und ob der alte Käufer hier noch aktiv ist der das hier ausgelöst hat weiß ich nicht aber trotzdem versuchen da gerade einige so ein bisschen auf den Zug aufzuspringen und deswegen ist es hier völlig in Ordnung da auch Long zu gehen und nicht jetzt etwa auf Biegen und Brechen auf so einem Niveau dann auf Short zu drehen so man merkt ich versuche irgendwie hier noch Zeit zu schinden weil ich den Trade gerne dann doch noch zu Ende bringen möchte kann es jetzt aber auch nicht anzwingen ich kann leider hier den Markt nicht beeinflussen aber es ist ja beschrieben was ich da halt vorhabe kann man ja dann selber im Auge behalten was dann da halt rauskommt aber ich denke mal wir können hier ansonsten jetzt erstmal langsam zum Ende kommen Magst du vielleicht noch vier abschließende Frage beantworten Achso da war ja noch die eine Geschichte mit dem X-Frame genau wie kriege ich das genau also einfach hier oben auf das Setup klicken und dann hier über den Installation Manager dort kann man es ja installieren das heißt also hier auswählen X-Frame und dann wird das installiert das geht ja mittlerweile alles ganz bequem hier genau dann war noch eine Frage wegen Auto-Trading dass da immer wieder kommt F7 drücken Achso ja ja das muss man in den im Metatrader Setup einmal einstellen weil wenn man hier guckt ich muss aber mal überlegen wo ist das bei ja genau so kann man hier trotzdem gucken das wird man nämlich hier gerade gefüllt das hier das muss so eingestellt werden erstmal Live-Trading erlauben und hier stehen nämlich die Optionen wenn Disable also ausschalten automatisiertes Trading wenn Chart Symbol oder die Zeit einheitlich gewechselt hat das ist das ist natürlich dann in dem Fall wahrscheinlich ausgewählt und deswegen ist das so also so muss es aussehen da ein Haken da ein Haken fertig ja und dann noch zwei abschließende Fragen zu dem VPS einmal ob du bezüglich Anforderungen was empfehlen kannst und dann ob die Updates für Metatrader auf dem VPS manuell getätigt werden müssen Nö Updates Metatrader funktionieren auf dem VPS ganz genauso wie in der lokalen Installation und ansonsten gibt es ja auf der Stereotrader Homepage machen wir so habe ich den dort doch müsste aber eigentlich gerade mal gucken da gibt es hier unten nämlich auch eine Empfehlung dafür also hier für VPS bei Recommendations und die sind eigentlich echt gut die Jungs weil das Schöne dort bei VPS Server ist dass man sich den Standort halt aussuchen kann das heißt ich kann jetzt hier zum Beispiel bei FX Flat ist es ja so dass der Server in London steht ist richtig? ist korrekt ja und dass man sich dann entsprechend seinen VPS auch dann nach London stellen kann und hat dann natürlich einfach sehr kurze Latenzen und das hat zum Beispiel eine nette Geschichte und es ist halt echt bezahlbar ich glaube das fängt irgendwie an bei bei 20 Euro im Monat und mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und das reicht also wenn man wirklich nur irgendwie so 2, 3, 4 Metatrader beziehungsweise Stereotrader Instanzen da drauf hat das reicht völlig ich habe das am Anfang sogar mit 2 Gigabyte gemacht das haben sie das halt irgendwie jetzt kürzlich kostenfrei irgendwie aufgestockt auf 4 Gigabyte sage ich natürlich nicht nein und das das lang wirklich dicke also das kann ich würde ich sowieso jedem empfehlen ja der der es irgendwie professionell machen will das ganze halt mit dem VPS darzustellen weil man halt einfach man hat 24 Stunden kann man das halt laufen lassen und hat eine ganz ganz andere Internetanbindung auch ja wir reden da halt über 400 Mbit oder so und mit der der Server da halt dann entsprechend halt auch connected ist und deswegen das finde ich halt echt besser als jetzt irgendwie halt lokal wo man halt dann doch immer wieder vom Provider nochmal abhängig ist und ja also das wäre so meine Empfehlung noch eine Frage oder ne keine Frage ok da ist nochmal wegen der Serverzeit Einstellung ist ja nochmal was gefragt aber hat jetzt mit dem Sage wieder nichts zu tun ja ok also hier mit dem Volumenprofil das war ja glaube ich beantwortet ne wie gesagt auf einer Minute mit dem Value Profile habe ich immer die höchste Genauigkeit immer auf einer Minute und liegt einfach daran weil halt die natürlich die anderen Zeiteinheiten in einem anderen Intervall das ganze halt updaten und natürlich halt auch die Abweichung berechnen müssen und deswegen habe ich da halt einfach eine höhere Genauigkeit an der Stelle gut ich kann nur leider hier echt keine Fragen immer noch sehen das finde ich so ein bisschen schade da kann ich auch irgendwie auf nichts hier eingehen wenn da mal jemand irgendwie einen Spruch raushaut was ich auch gerne mal dann beantworte ich habe ich habe versucht alles alles wieder zu geben was hier geschrieben wurde also nichts irgendwie unter der Tischdecke versteckt die noch eine abschließende Frage wo kann man sich mal in den Studio Trader einlesen wenn man Interesse hat einlesen am besten eingucken also allein bei FX Flat gibt es so viele Videos mit Webinaren also wo wir halt hier auch am Anfang die Einführungsreihe gemacht haben die ganzen Einführungswebinare und da wird glaube ich schon so ziemlich alles erklärt ansonsten natürlich auf der Homepage also wie eben gezeigt da stehen halt auch so ein paar Sachen nochmal zusätzlich dabei das heißt also hier gibt es einmal halt die Features ist zwar halt in Englisch ja aber die Videos wie gesagt die sind halt eben auf Deutsch und es gibt auch eine Broschüre falls man sich nicht auf die Homepage beschränken will die kann man hier unten runterladen ja da einfach mal ein bisschen stöbern aber ich würde ansonsten schon eher sagen lieber dann in den Videos halt schauen oder in die ganzen Webinaren die wir gemacht haben und auch andere hier meine Kollegen Thorsten Hellwig zum Beispiel hat ja auch jeden Tag den Stereotrader am Anschlag Heiko Behrendt mittlerweile auch das ist auch dauernd im Live Trading und macht Webinare da lieber da lieber mal genauer zugucken und ansonsten wie gesagt einfach mal ein bisschen ein bisschen suchen bei bei YouTube da findet man schon viel mittlerweile und natürlich die Gruppe die gibt es ja auch noch ja das ist halt hier die ich kann hier nie Facebook zeigen das sind immer tausend Nachrichten auf ein bisschen aufpassen mit Datenschutz und sowas aber die Facebook Gruppe ist eben halt im Blog verlinkt ja also hier auf meiner Blogseite da kommt man auch da unten gibt es auch diverse Links und da ist entsprechend halt auch die wo haben wir sie denn irgendwo ist auf jeden Fall halt auch die die Gruppe halt verlinkt und dort wird halt auch immer also generell halt das Thema Trading aber halt eben auch viel zum Stereotrader findet immer in der Gruppe statt also da kann man sich auch gerne mal einlesen und befassen ja ok gut so weiter weiß ich jetzt auch nicht er zackert hier schon wieder rum der DAX ich komme jetzt auch hier schon in die 30 Minuten wieder rein und mal gucken ob der jetzt das wollte ich nicht und mal gucken ob der jetzt nicht vielleicht besser sogar hier wieder auflöst weil da müsst ihr schon jetzt hier machen das vielleicht gerade noch fertig zu besprechen das heißt wir haben nur 2 Minuten und entsprechend wenn das halt noch was werden soll dann sollte jetzt wirklich gucken dass er bei 30 Minuten auch hier über der 493 entsprechend bleibt und ansonsten dann da halt eben dann lieber mal raus und dann vielleicht nachher noch irgendwie eine bessere Idee dann umsetzen weil sonst kommt nämlich genau sowas bei raus ok gut also an der Stelle dann mal wie sagen können wir hier mal Schluss machen erstmal und mag leider nicht so ganz in die richtige Richtung gelaufen passiert aber wie gesagt ich hoffe trotzdem dass der ein oder andere dann zumindest mal hier an Erfahrung und Wissen auch noch ein bisschen was mitnehmen konnte freue mich aufs nächste Mal wann ist das eigentlich 20. November ok genau das ist ja vor der paar Tage vorher Stichwort World of Trading wir haben hier das Live Trading Event am Donnerstag wo der Dirk auch dabei sein wird und sie können sich immer noch bei uns auf der Webseite diesbezüglich sich informieren und natürlich auch gerne anmelden und dabei sein würden wir uns da natürlich sehr freuen kann man den Dirk auch mal persönlich sehen noch bevor er den Stammtisch glaube ich am Freitag macht genau richtig Freitag Stammtisch ok gut wunderbar dann bedanke ich mich mal bei allen Teilnehmern hier dass ihr so zahlreich dabei gewesen seid natürlich auch bei FX Flat und bei Nelson der sich ja auch immer die Mühe macht hier und wünsche euch einfach mal einen schönen Tag und sag dann mal halt bis zum nächsten Mal ich freue mich bis dann ich danke dir Dirk und danke natürlich den Teilnehmern es ist keine Mühe sondern macht mir auch sehr viel Spaß von daher mache ich das gerne und die Aufzeichnung auch von NFB Live Trading vom Freitag kommt natürlich noch online sollte glaube ich auch im Laufe des Tages klappen ansonsten wir immer noch eine schöne Restwoche passen sie auf ihre Position auf und hoffentlich bis dann zum 20. wieder also bis dahin tschüss zusammen Spannend des Tages bis zum nächsten Mal nur bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017